Mo, Mo, guck mich mal an! Weiter, leider, jetzt bin ich zu... Yo, yo Leute, was geht? Hier sind Big Mo und Tolga. Was geht? Und wir machen ja ständig unfassbar tolle, spannende Sachen und dachten uns, heute nehmen wir euch mal mit... Exit Games. Gibt's so schon länger, so im normalen Raum in der realen Welt, aber jetzt neu Exit Games VR. Naja, bedeutet Virtual Reality, bedeutet wir sind irgendwie mit so einer Brille in der virtuellen Welt und müssen da irgendwie escapen, also flüchten und wir werden das mal abchecken. Also angeblich ist es so, dass wenn man zu lange spielt, dass einem schlecht wird, wir werden das bis zum bitteren Ende zocken, also bleibt schön dran. Wer wird kotzen? Toy oder Mo? Ihr findet's raus. Sag, wo gehen wir hin? Was machen wir jetzt? Virtual Reality, Baby! Ich hab Angst! Keine Angst, das wird cool. Du kannst auch, wie im echtem Leben, auch in der virtuellen Welt meine Hand halten, Bro, ich bin immer für dich da. Hilfe! Ihr seid bei Exit VR und Exit VR ist ein Virtual Reality Live Escape Game. Ihr seid im Jahre 3007, die Menschheit ist ausgestorben, ihr seid die letzten Überlebenden, seid auf einer Raumstation und bekommt einen Funkspruch von Huxley und er braucht eure Hilfe. Und ihr müsst als Team spielen und müsst versuchen, die Apokalypse zu verhindern. Bye! Okay, Holger, du fängst an, du gehst zuerst in die virtuellen Welt, wenn ich komm danach rein. Genau, und da drin ist jetzt was genau? Das ist der Computer. Das ist der Computer, der... Das ist der Computer, den du dann auf der Rücken trägst, genau. Achso, damit er weiß, damit er sich in der virtuellen Welt bewegen kann, oder? Damit er sich frei bewegen kann, genau. Okay. Mach keinen Scheiß, okay? Oh, weil ich fühle mich gerade wie ein Ghostbuster! Ghostbusters! Wow! Oh! Sag einem Bescheid, ob das Festgewinnen ist? Ja, das ist super. Passt schon? Super. Kriegst du noch die Kopfschmerzen? Ja. Alles warm miteinander verbinden, okay? Okay. Okay, deswegen brauchen wir jetzt zurück. Ich würde erst mal sagen, wenn ich alles hier habe, dann könnte ich viel besser auch umgehen lassen. So sieht das alles noch sehr cool aus. Aber das Gelbe ist ja eigentlich da dran. Aber geht ja nicht. Okay. Komm zurück in die richtige Welt, Mann. Nein! Geht weg! Komm zurück jetzt! Nein! Lass mich am Strand! Ich rede nicht wieder zurück in die Realität. Es regnet in Berlin. Komm zurück! Es ist nass in Berlin. Schwitzen, die sichern auch so? Willkommen zurück in der traurigen Welt. Ich war gerade noch am Strand. Schick dich zurück! So, wir sind back in der virtuellen, ach Quatsch, wir sind back in der realen Welt. Ich bin noch ein bisschen durcheinander. Ich muss noch ein bisschen realisieren. Vielleicht will ich auch lieber zurück. Mal gucken, wer weiß. Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Können wir euch empfehlen. Und bei den nächsten Dingen nehmen wir euch mit. Aber jetzt erstmal werden wir hier weiter in Berlin abgehen. Also bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Peace! Tolga? Tolga, wo bist du? Tolga? Ja? Tolga, wo bist du? Was machst du denn? Mann! Ich hasse dich!